Ich mache die Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen und bin im zweiten Jährigen. Ja, als Kaufmann bin ich hier die Schnittstelle zwischen Ärzten, Patienten und Pflegern. 8.000 Mitarbeiter haben wir hier im Unternehmen und das bedeutet viel Kommunikation ist notwendig. Ich möchte auf jeden Fall im Uniklinikum bleiben. Das Klinikum bietet uns viele Chancen und es gibt auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir hier wahrnehmen können. Ich wollte schon von klein auf den Beruf der Kinderkrankenschwester lernen, weil es mir sehr großen Spaß macht, mit Menschen umzugehen, ihnen zu helfen, den Kontakt zu ihnen zu pflegen und sich einfach darauf einzulassen, was jeder einzelne Patient dann auch braucht und wie man mit ihm umgehen muss. Es ist einfach ein tolles Gefühl, etwas auch wieder zu bekommen von dem Patienten. Man wird auf jeden Fall sehr, sehr gut in das Team mit aufgenommen, integriert. Man hat das Gefühl, man ist wichtig im Team, man hat auch seine Rolle und dem Team einfach zu unterstützen. Und das ist einfach ein ganz tolles Gefühl, damit aufgenommen zu werden und das auch ein bisschen das Gefühl hat, man ist ein bisschen wie in einer kleinen Familie, noch ein bisschen wie zu Hause. Die Ausbildung ist eine sehr schöne Abwechslung zwischen Theorie und Praxis. Die Theorie findet in der hauseigenen Karus-Akademie statt und die Praxis in unterschiedlichen Einsätzen hier im Klinikum und das Ganze läuft dann drei Jahre lang. Ich lerne hier Fachkraft von Lagerlogistik und bin im dritten Ausbildungsjahr. Unsere Arbeit ist sehr vielfältig, denn die läuft über Warneingang, über das Lager bis hin zum Warnausgang und bis auf die Station. Ohne uns geht nichts, weil die Sachen, die wir hier bekommen, die müssen erst kontrolliert werden auf ihrer Richtigkeit und erst ins SAP eingebucht werden, bevor man sie überhaupt rausgeben darf. Für mich ist das Uniklinikum nicht nur ein sicherer Arbeitgeber, sondern auch ein Arbeitgeber, der mir viele Möglichkeiten um meinen Job drum herum bietet. So kann ich zum Beispiel mit dem Jobticket durch Dresden fahren, ins Mitarbeiterrestaurant gehen, mich mit meinen Freunden treffen, aber auch das Gesundheitszentrum bei uns besuchen, wo wir viele sportliche Aktivitäten ausüben können. Du suchst einen Job mit Aussicht? Dann bewirb dich hier bei uns am Uniklinikum und werde Teil unseres Erfolgs. Wir sehen uns am Uniklinikum Has indicating den Sie. Wir sehen uns am Uniklinikum-Ohng. Wir sehen uns in dieML nhiều. Wir sehen uns bei den Mitteln! Vielen Dank.